Du, in jeder Zeitschrift ist ein Artikel drin, zehn Punkte, die Sie beachten müssen, damit Sie keinen Burnout bekommen. Da brauche ich keine so eine Blädelzeitschrift dazu, dass ich weiß, dass es für mich gar nicht schlecht ist, wenn ich ab und zu einfach einmal Ruhe gebe. Das ist nämlich das ganze Geheimnis. Ab und zu einfach einmal Ruhe geben. Aber das kennen die Leute ja nicht mehr. Die müssen überall hier rum bin, wo schnäuzt und schäuert. Da muss man dabei sein. Und da ist was los, da gehe ich da hin, da will ich noch mehr los. Da gehe ich da hin, da ist auch ein Hafer los. Da gehe ich zuerst da hin, da gehe ich da hin, da ist am allermeisten los. Da muss ich da dabei sein. Wenn ich überall hingedacht, wo was los ist, dann kriege ich die Armbörn-Out. Verstehst? Jeden Tag kriege ich so einen Stapel Einladungen. Kommen Sie zu unserem Super-Mega-Event. Da muss man dabei gewesen sein. Nein, da muss man daheim gewesen sein.